so herzlich willkommen zurück wir haben nicht das jahr 2019 wir haben einfach nur einen tag später und ich habe auch noch nicht gebaggert weil ich habe es auch nicht fertig gebracht dass der fluss wieder läuft das liegt nämlich im spiel es wurde im spiel geupdatet geupdatet ganz kurz warten bis das hier sich alles geladen hat gut das wurde geupdatet das über 6 25 grad über 25 grad was nicht instant passiert ist nicht sofort trocknen der fluss hier aus jetzt gibt es die möglichkeit dass es auf jeder partelle ein wasserturm gibt das war das komische gebilde hier dies allerdings muss man den erst für 150.000 freischalten ich habe jetzt keine 150.000 dann gibt es die möglichkeit es gibt wohl in der stadt ein gerücht habe ich gelesen in der stadt in jeder stadt gibt es einen wasserturm mit einer endlosen wasserquelle und dann gehen wir jetzt los kaufen uns den eimer für nicht den eimer den tank den tank für die 10.000 oder was er kostet und dann werden wir diesen aufstellen hier ganz kurz was machen ich hoffe das hört mir nicht zu sehr sehr gut so dann fahren wir die stadt nicht zum hunderttausendsten mal um irgendwas zu holen nein da brauchen wir jetzt diesen anhänger ist das ein anhänger ich habe das gefühl die performance von dem spiel ein bisschen verbessert so ein gefühl vielleicht kann auch sein kommen wir gleich wieder an unserem heulenden kojoten vorbei da war er ach was ich noch gucken was machen wollte moment dafür gehen wir zusammen nicht ins hauptgenü in die einstellungen nicht da überhaupt hinkommen so da kommt sogar nicht hin und zwar in den ton das wollte ich ja schon vor vorletzte folge machen da müsste jetzt mal in meinen alten folgen gucken ob die diesen anhänger da rein geschmuggelt haben oder ob der da schon immer stammt also anscheinend kann man mit diesem anhänger hier irgendwo in der stadt das müssen wir noch gucken sich wasser auffüllen und damit dann schürfen währenddessen im sommer oder im winter kann das auch passieren im winter kann einem der see einfrieren nicht der see der fluss und dann brauchst du auch so wassertank oder halt eben diesen wasserspeicher mal eben mal eben kurz mit einem update das ganze spiel umgeworfen was wird denn da gebaut ach was da arbeitet die straße das sieht mir nach dem wasserturm aus davon was steht da drauf ja das schöne ist man kann anscheinend dann die na ja den fluss nehmen um diesen tank hier aufzufüllen das heißt ich habe jetzt praktisch einen wasserspeicher gekauft den ich auffüllen kann das kostet übrigens geld auch und den ich dann benutzen kann je nachdem wie viel wasser ich halt brauche jetzt hoffe ich dass das ein paar tage hebt sonst darf ich ja ständig hier da muss ich ja ständig irgendwas holen oder wasser oder sonst was ist weniger am schuf vielleicht ist es das was die entwickler wollen ich muss den irgendwie irgendwann mal da dran gehängt es soll ja schon ein bisschen interessant sein sonst kannst du auch im ein-dollar-modus spielen jetzt guck ich erst auf der karte bevor ich hier wild in der gegend rum suche um zu bestimmt eingezeichnet sein was ist das das ist unser anhänger wahrscheinlich nehm ich mal an ich nehme es mal stark an aber den wasserturm haben sie jetzt natürlich nicht eingezeichnet oder nein das ist schön das ist ja herrlich radio station ich sehe jetzt spontan sehe ich da hinten einen da geradezu ein ich muss sowieso tanken fahren wir erstmal tanken ich glaube der kommt mir neu vor das sieht schon sehr gut aus eigentlich naja das sieht gut aus ich brauche dafür wahrscheinlich aber einen Schlauch nehme ich an ich gehe kurz das Auto tanken und den anhänger schauen wir uns das mal an das sind die Wasserpumpe auf dem anhänger gerade gesehen ich habe noch ein paar tanks dabei das sind aber nicht alle leer das sind aber nicht alle leer so gut das ist auch erledigt die Eingänge sind alle auf der anderen Seite das ist geil das bedeutet wiederum umdrehen ich bin ja dumm ich bin ja dumm habe ich nicht gerade zurückgeguckt und habe gesagt die sind auf der anderen Seite das ist alles gut wir haben halt noch eine Runde das sind Hydranten kann ich nicht anzapfen so ein bisschen Wasser das wärs doch wahrscheinlich muss ich gleich ausflippen wenn ich die Preise sehe vom Wasser gleich muss ich ausflippen so 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 gleich schlechtes 12 auch Schlauch ich nehme jetzt beide mit falls der eine nicht geht außerdem kann man dann auf der Parzelle darüber nachdenken ob man mit den blauen Schläuchen arbeitet um das irgendwo hinzulegen und dann mit den anderen zu verteilen ich bin da so perfekt hingestellt das ist ja geil Motor natürlich wieder laufen lassen das finde ich immer gar nicht toll so jetzt ich versuche das mal mit dem hier das funktioniert gut hin ich sehe schon das wird interessant hinmal halt wieder ab das geht jetzt ok und jetzt auch das geht da steckt kein Out dran das geht nicht müssen wir den blauen nehmen nehmen wir den blauen ja der geht oder zack zack und wie viel möchte ich denn ach du heilige Kacke 1.500 Dollar für einen Anhänger voll Wasser was habe ich? ich habe genügend Geld und jetzt ich habe 20.000 muss ich dich jetzt auch schon reparieren oder was ok Leute ich glaube es handelt sich hier um einen Bug wir wissen ja was wir machen wenn ich einen Bug habe kurz speichern und laden solange kann ich an meinem Kaffee riechen vielleicht sollte ich das noch einstellen es hat nicht gespeichert, warum hat es nicht gespeichert NewSafe1 laden NewSafe1, danke jetzt geht's das ging schnell so muss mein Kabel schlafen ich habe zu wenig Geld 120.000 ich werde jetzt garantiert nicht die Tage überspringen um nur damit wir Wasser auf der Parzelle haben also die ganze Zeit schlafen gehen und so das ist voll viel Zeit die da hingeht na dann was schaffen wir am Tag 15.000 13.000 müssen wir das halt so machen machen wir das jetzt einfach so ich hoffe dass es funktioniert da bin ich kurz angebunden da wird eben mal Kredit aufgenommen und ich habe immer noch das Gefühl hier springen gleich Zombies um die Ecke ja ich habe genügend Geld was ist jetzt mit eurem Wasserturm hier das ist ja schon voll ne wie ihr vielleicht hört ich versuche A zu drücken aber es geht nicht das funktioniert ja wunderbar liebes Entwicklerteam ok vielleicht habe ich was übersehen vielleicht habe ich was übersehen vielleicht muss ich hier irgendwas kaufen Börse ich sag ne Preis aha Kredit ok Parzelle zum Kaufen habe ich zu wenig Geld verbessern damit kann ich nur einen Fahrzeugplatz das haben sie auch günstig gemacht das hat mir 50.000 gekostet Reset Pachten Ausgang ok Auto beruhig dich wow wow alles ganz easy oh man oh man muss man blauer Schlauch da muss man blauer Schlauch da muss man blauer Schlauch ich kann es nicht kaufen ich kann es nicht kaufen obwohl ich genügend Geld habe ich versuche jetzt was anderes das würde mir wahrscheinlich nichts bringen ich versuche jetzt nochmal auf die Parzelle zu fahren mit diesem Gerät hier ganz nebenbei gibt es ja noch ein Wasserturm wo ist denn der hier rechts ne da vorne links ist er da ist er ich komme da hin ich biete mal hier ab das ist eingezäunt ich glaube nicht dass er für uns bestimmt ist gucken wir mal in einem anderen Shop äh ich komme jetzt hier nochmal weg da nicht gut wenn es dumm läuft sind wir jetzt pleite weil ich den Kredit aufgenommen habe und das nicht funktioniert ach ja so was wissen die hier sieht es nicht so aus als gäbe es einen Wasserturm zu kaufen oder so Moment haben die vielleicht auf Dictube ein Video hochgeladen wo das funktionieren mag oder wo das hier beschrieben wird Gameplay Systeme ich glaube das haben sie noch nicht geupdatet Dienstleistung Teigstelle Ne Schie Goldschürfen Wasser jetzt wird es interessant Wasser Kleine Wasserbombe Tablet Tablet Es sieht schlecht aus da sind wir auf uns alleine gestellt sehr abenteuerlich Der Wolf ja Kojote Was auch immer da heult ich weiß es nicht Was auch immer da heult ich weiß es nicht Ich bin jetzt komme ich mit dem Anhänger durch das Tor ich sage jetzt mal Tor dazu weil es bloß zwei Steine sind die da liegen Oh das Licht darf ich nicht anlassen das wäre fatal Ich nehme mal den dicken Schlauch damit Jetzt wird es Nacht Ich habe gerade die Sonne hinterm Berg verschwunden deswegen kein Schaden gehabt Da kann ich auch nichts machen Jetzt gucke ich noch ins Zelt vielleicht Ist da was mit diesem komischen Laptop da dran Maschinenhandel, Ausrüstung, Benachrichtigung, Arbeitgeber oder Arbeiter und Transport Das einzige was ich machen kann ist hier Kredite aufnehmen und so weiter Die Kredite könnten wir jetzt noch nicht mehr abfüllen Obwohl wir nicht gerade einen Tag haben Herrlich ist das Ich kann mal gucken Ist jetzt wieder Wasser drin Nein Ist da weniger Wasser Ich weiß jetzt 24 Grad Vielleicht kommt über Nacht Wasser Und äh ich kann meine Mein Anhänger vollpumpen Das wäre natürlich interessant Aber so kommen wir bis dahin mal nicht weiter Da muss ich mich wohl nochmal schlau machen Vielleicht probiere ich auch ein bisschen rum dass das wieder funktioniert Mal schauen Das seht ihr in der nächsten Folge Ich wünsche euch bis dahin alles Gute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal